...Stein. Tja, wenn wir mal in Ruhe ein Fußballspiel gucken, dann wird man direkt hier runter gescheucht. Hab ich ja gar nichts geben. Habt ihr schon gehört? Im Fanshop gibt's WSV-Rabatt. Und damit begrüße ich recht herzlich unsere Fans, die sich schon sportlich betätigt haben aus Solidenost! Noch ein bisschen Dauerlauf. Vor allen Dingen gleich nach Hause. Mit einer Niederlage im Sack. Was hältst du denn davon? Jawohl! So und auf vielfachen Wunsch kommt jetzt hier nicht der Opa, sondern Schatz raus! Wir sind hier! Brian Goldweiss Essen an der legendären Hafenstraße! Wo sind wir zu Hause? Wo wird man uns gemacht? An der Hafenstraße erwähnt! So und auf vielfach gelatinwirft! oder trendwirft! So hoch tomatoes hübsiga mal auf Bl techno! Und glaube, jetzt sind wir zu Hause? Nur clarity und reply! Wo sind wir zu Hause? Wo wird man uns gemacht? An der Hafenstraße erwähnt! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020